In Mexiko finden die ansprachvollsten Touristen der Welt jede Möglichkeit an Luxusunterkünften mit bestem Service. Bei der Ankunft in Mexiko hast du die höchsten Erwartungen und bei der Heimkehr wurden diese voll erfüllt. Hier findest du zehn Weltklasse-Strände, jeder mit eigener Persönlichkeit und mit hunderten der besten Hotels zu deiner Auswahl. In Mexiko wird Golf exzellent gespielt. Beim Design der Plätze wurde die Schönheit der umliegenden Natur nutzbringend mit einbezogen und du kannst Clubanlagen von höchstem Niveau finden. Das angenehme Klima sichert dir hier ganzjährig ein großartiges Golferlebnis. Hier findest du auch exzellente Sporthäfen für alle, die ihre Yacht in diese Gewässer bringen wollen. Die besten Hochseefischgründe liegen vor diesen Küsten und Taucher kommen aus der ganzen Welt nach Mexiko, um den Reichtum der Unterwasserwelt zu erforschen. Wenn du eine besondere Unterkunft suchst, findest du in Mexiko landesweit verteilt eine Reihe antiker, restaurierter, in Hotels verwandelte Landsitze. In den Großstädten und an der Küste gibt es auch dazu Boutique-Hotels, die exklusiven Gästen einen einmaligen Aufenthalt bieten. Die Luxus-Hotels bieten jetzt auch Sparservice an, wo du zwischen prähispanischen Behandlungen und solchen mit modernster internationaler Technologie wählen kannst. Unsere Küche ist dank der Vielfalt ihrer Zutaten und der innovativen Kreationen weltweit bekannt. In den Städten findest du die elegantesten Restaurants, die dir das edelste der mexikanischen oder internationalen Küche servieren. Nach Mexiko zu kommen ist einfach. Es ist eines der Hauptziele für Kreuzfahrten aus der ganzen Welt mit unvergleichlichen Häfen, die du sicher wieder besuchen möchtest. Die wichtigsten Fluggesellschaften haben unsere 46 internationalen Flughäfen als Ziel. Die Mexikaner sind großartige Gastgeber und stolz darauf, dir mit einem freundlichen Lächeln den erwarteten Service und ihre Hilfe zukommen zu lassen. Bei der Planung deines First-Class-Urlaubs kannst du sicher sein, in Mexiko mehr zu erleben, als du dir vorstellen kannst. Mexiko übertrifft deine Vorstellungen.